Mein Name ist Materia. Auf Google Play am 31.01. kommt meine Platte zum Glück in die Zukunft Teil 2. Holt euch die Scheibe. Die Platten, die ich gut fand, wenn man jetzt auch über den großen Ozean guckt, über den großen Teich rüber guckt, fand ich Earl Swatcher, seine Platte super, Tyler, The Creator, also Wolfgang. Dann fand ich die Kendrick Lamar Platte, Good Kid, Mad City, super, sehr inspirierend. Und wenn man hier nach Deutschland guckt, waren auf jeden Fall die meisten Sachen, die ich gehört habe, auf jeden Fall Bibi und Tina, also Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Da habe ich glaube ich 1000 Folgen gekauft, da ich die mit meinem Sohn zum Einschlafen immer höre. Auch Jungs, finde ich, können Bibi Blocksberg haben, auch Benjamin Blümchen, ganz, ganz großartig. Und sonst natürlich mein Umfeld, meine Jungs, also Cass, Seed, Miss Platinum, kommt bald raus. Das wird auch eine geile Scheibe. Yasha war eine geile Platte. Also gute Musik und gute Musik zu machen, lohnt sich immer, meine Lieben. Verート specifically war ein. Die ab해서 Actually憑 aber einfach nicht sinnvoll ist und bis jetzt Musik Pure talking anmelde. Dann sagt man erzählt, dass ich einfach alles schthonlich hatte. Danática wird mir nicht erst mal anmelde.